importen let's go again 321 geht los ich versuche mal wenn ich hier weiter nach links rüber laufe kriegt die vielleicht schneller ja wesentlich schneller ich habe ich habe alle ja es ist viel besser viel viel besser links der goldene wagen der steht links muss mal gucken wenn er eben kurz voraus ist auch der eine pinke noch da kann das sein ja ist emp noch mal starten ok mein bach habe ich ich warte jetzt mal ein augenblick mit der feuer nicht schmeißt jetzt nicht obendrauf weil ich will dann jetzt erst den mp drauf haben er hält dann aber noch einen ganz kleinen tag länger wo will die denn hin komm herr du blöder sniper extra mit weg laufen die brennt noch irgendwas unter uns ich habe eine feier für die was mir drücken geschossen was kann mit dir schießt er mir einfach ein rücken sagt wohl das wird jetzt böse hat kein mp doch mp ist jetzt da firefly in 3 wieder ein dicker nicht pass auf der rechte ist nicht geblendet und der eine rote hat sich da hinten versteckt komm schon komm raus da ich habe meinen bach noch nicht aha schade okay egal jetzt oder jetzt ja ich war vor der natürlich deswegen habe ich jetzt aufgemacht ok snipe habe ich beide lauf zum pinken snipe hinten okay gut ich warte lieber ganz so ganz ganz ja 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 sorry wow sind die schnell weg gewesen sehr nice haben wir mal ein paar sekunden rausgeholt auf jeden fall beide rechts komm explodier endlich ey weiter quatsch kostet alles ist alles wertvoll die sekunden hier die kannst du eh nicht schneller holen klar die animation nicht kommen kommt sie nicht hier ist goldner direkt bei mir naja habt ihr den ja mp für fahrzeug und für die hunde hinten ist noch ein roter kommt schon ja also ja passt auf den hundern auf also alter durch durchschnitt trotzdem schön passt von der pfeifeleche ist okay komme ich genau mit einer sekunde rest komme ich hier an diesmal nicht den knopf zweimal drücken bleibt noch nicht hinter der tue stehen dicker wie unfreundlich ich habe jetzt auch wieder ready ein zumindest für mich dann kann es gleich aufmachen alex da stehen schon beide boxen goldner hinter uns die granate ist so schwer zu eben da hinten auf diese theke ich sehe noch nicht jetzt sehe ich ihn na halt hast du jetzt ja ganz ich habe auch cool dann auf mein auf Drei Sekunden für die EMP. EMP geht raus. Blinder geht jetzt raus. Ich glaube ich habe nicht alle drei. Vorsicht. Doch es sind alle drei. Nur den kleinen Kram habe ich nicht alle. Ich hole den pinken. Oh hier ist noch ein Sniper dran. Hallo Sniper. Komm hoch. Ich bin nah genug dran an der. Komm her. Auch noch ein goldener Heiler kommt gerade das Fenster. Oh, den Loot konnte ich auch mal schnell aufsammeln. Infanterie? Ah, es ist schon schnell. Neck wie die. Du bist ein bisschen abgehakt. Der Alex hat noch eine Infanterie abgegast, ne? Weiß. Was ich? Ja, ja. Du musst ja noch nicht schauen können. Ich sehe kaum ein Spiel, du. Und du kannst noch hunderte weitere Playlists hören. Lauf durch. Ich mache nach die zwei Roten wieder. Okay. Er springt mir jedes Mal vor die Flinte. Das ist so geil, ey. Okay, ich gehe nach rechts, bleib du links. Bleib zu lieber rechts hin. Äh, das ist gut, ey. Äh, das ist gut, ey. Das ist schon wieder da rein. Drei Sekunden für den nächsten MP. 2, 1, jetzt. Okay. Wir hocken pink an bei der Rolltreppe. Die kommt. Moment noch. Noch nicht, 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 noch noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, jetzt. Da zieht mich. Ich hole den pinken auf der Rolltreppe. Könnte weg. Ich komme nicht ran an den mit der Firefly. Okay. Krieg ich den weg? Mach nochmal ein EMP. Ja. Wenn ihr noch einen braucht, sagt Bescheid. Ja, passt. Okay. Oh mein Gott, dieser Schock. Komm schon. Hm. Puls jetzt. Boah, stehen die diesmal bescheuert, ey. Der eine goldene ist nicht geblendet, passt auf. Okay. Die mache ich. Die roten, also auch wenn die nicht geblendet sind, könnt ihr mir die ruhig lassen. Ja. Ja. Ich komme da eigentlich mal ran mit der Safety Margin. Also ich knall mich da mal runter, mach da mal einen Peng oder so vielleicht, aber geht eigentlich schon. Oh, ich knall eins. Ja, warte mal. Oh, der beide Hunde links, so wie ich das sehe. Ja, das mache ich dann. Zuck lang. Ich glaube, die Besitzer da anfängt, mich an zu knallen. Achtung, Hunde kommen gleich raus aus dem EMP. Kannst du noch? Ja. EMP ist aus. Knall schnell noch ein ab. Der Mann kann den Hund nicht. Ich schmeiß noch mal eine. EMP ist aus. Wir haben mal einen Rang oder ein. Äh, rechts gleich. Es ist gleich. Ich mache den PINK. Den Heiler. Okay. Ja. Ich mache den PINK, den Heiler. Ja. Okay. Okay. ich habe ich auch jawohl alle drei draußen ein glück das könnte dann diesmal gut sein mach gleich noch mal emp schock drückt ihr noch ein okay dass man noch ein bach das eine rauskommt bitte egal blender ist raus rucksack kaputtet beim ersten sehr schön weiter ich wollte den gilt nicht hier ja 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 another kommt ich warte diesmal ganz klein bisschen länger bis er runter kommt geht in deckung bitte 321 geht erst zum pinken okay jetzt die ich mache den pinken bitte mal das jetzt kein overcharge machen weil sonst bin ich echt am arsch der blind da ist das fehlgeschlagen oder nicht doch nicht okay es war er trifft mich noch hier blinder scheiße da gehen sie in die sekunden was meint ihr schätzungen ich glaube nicht etwas ja ich glaube auch etwas über 16 denke ich mal 15 29 15 30 sagte mir hätten 15 glaube ich sogar 15 fast schauen können ja ja da gestorben jetzt aber egal ob das blöd war dass er sich so kapitel gedreht hat einmal auch nicht so machen